Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Dragon Ball Kakarot! Ja, wer hier so lässig am Baumstamm steht, äh, oder halb in der Luft steht, ganz lässig, ist unser geliebter Piccolo. Cooler Charakter, wie ich finde. Ich mag Piccolo enorm. Auf geht's jetzt zu Freeza. Für mich persönlich auch einer der Highlights in der Serie damals. Als Piccolo endlich ankam. Wobei, die Serie hat so viele Highlights, so viele großartige Momente, aber das ist auf jeden Fall einer davon. Hä, was war das? Hä? Weiß ich nicht. Wo war das einer von diesen Klasse-Momenten, den ich total gefeiert habe damals? Was? Was ist denn, Begeeta? Ich werde dir helfen, oder? Hör! 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 Gehingye! Hör! Hör! Get完全 systems. Hör! 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 Es ist gut, dass ich nicht sterbe. Ich werde es sofort wiederholen. Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Begeita! Warum hast du so viel Kraft gemacht? Ich wusste nicht, dass ich nicht wusste! Ich wusste nicht, dass ich auch noch ein Geh-Kun hatte. Ich bin so nervös, Dendee. Danke. Lass dich! Z.B.: 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 Meine Trottel war so gut wie erledigt. Da bin ich mir ganz sicher. Da kommt was. Mr. Piccolo. Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Ausgerechnet dieser Freak, den wir auf der Erde getötet haben, muss hier jetzt auftauchen. Dieser Nichtsnot wurde mit dem Dragon Balls wiederbelebt. Was für eine Verschwendung. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber eins will ich mal klarstellen. Ihr seid als nächstes dran, sobald ich Freesa erledigt habe. Da will also noch so ein jämmerlicher Namekianer sterben. Zurück, ich kämpfe allein. Was? Was? Viel Spaß bei deiner Beerdigung. Du hast ja keine Ahnung, mit was du es da zu tun bekommst. Okay? Mach ruhig. Du hast ja keine Ahnung. Fuah! Uhh! Was haben wir noch? Mach mal einen Punkt, oder? So ein Ding war das. Oh ja. Oh, Kacke. Egal. Der hat sich geschützt, der Pisser. Man blockt doch keine Handspirale. Oh, kommen wir hier. Es kann nicht sein. Okay. Was für Lüge der wie in echt? Voll Junge. Oh. Boom. Finger ins Auge gesteckt. Aufstieg. Wer? Piccolo? Level 30. Wahnsinn. Er kann es wirklich mit Freeza aufnehmen. Nein. Er ist sogar noch besser. Wow. Ich wusste doch, dass Mr. Piccolo das schafft. Entschuldige meine Gerade von vorhin. Ich habe dich unterschätzt. Aber ich befürchte, du hast dich trotzdem übernommen. Jetzt zeige ich dir meine wahre Macht. Tja, dann mache ich das wohl besser auch mal. Dir ein, dir ist anscheinend immer noch nicht klar, in welcher Gefahr du schwebst. Denkst du wirklich, ich habe schon meine volle Stärke gezeigt? Was? Du Dummkopf. Dir ist wohl nicht klar, dass ich transformiert bin. Mach dich bereit für Schmerzen, wie du sie noch nie gefühlt hast. Du Dummkopf. Transformation? Nun, da ich eure Aufmerksamkeit habe, werde ich euch auch jede Hoffnung rauben. Mit jeder Transformation werde ich wesentlich stärker. Und trotzdem habe ich hier nach noch zwei weitere Verwandlungsformen auf Lager. Ihr wisst, was das heißt, oder? Das kann nicht dein Ernst sein. Nein. Er hat noch zwei weitere Formen. Mach dich bereit. Ihr habt das große Glück, mich als Erster in meiner nächsten Form zu Gesicht zu bekommen. Freut euch. Mr. Piccolo, ich werde auch kämpfen. Du machst wohl Witze. Nein, du vergeudest deine Zeit. Du musst mich in den Rand des Todes prügeln. Sofort. Was? Bitte was? Das war's. 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 Das war. Das war's. 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 Das war's.